Dann pflanzen wir die gleich mal wieder an, hier, diese Sappel links. Dann wächst hier vielleicht bald ein schöner Neuerbaum. Oh, da ist noch Holz. Oh, 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 ein schwarzes Schaf. Hallo, mein Herr, kann es sein, dass Sie das schwarze Schaf der Familie sind? Ja, genau, Sie. Nein, den habe ich mich wohl geirrt. Ach, Ihr Bruder Gunther ist das. Hallo, ich komme hier nicht mehr raus. Ihr Bruder Gunther ist also das schwarze Schaf der Familie. Alles klar. Werde ich mir merken. Oh, so, hier noch ein Baum hin und dann, ach, hier sind schon so viele Bäume. Egal, wir pflanzen hier den ganzen Wald dicht. So, ich suche eigentlich, oh, was seid ihr denn? Seid ihr Blumen? Täuschende Waldlilie. Echter Pfifferling, wie geil ist das denn? Also ich finde das total genial, was mit diesen Modpacks hier reinkommt. Australischer Günsel. Das sind doch Blumen für den Herr Günselsen. Oh, oh, was ist denn? Bitte? Bitte, danke. Atlas, wo bin ich? Wie riesig ist denn dieser schöne Wald? Oh, ganz klein. Guck mal, es kommt weiter. Alter, Alter Schwede. Wir haben noch nicht mal die Grenzen ganz gesehen. Also hier so ein bisschen. Alter Schwede. Und es wird Nacht. Habe ich ein Bett mitgenommen? Bitte sag mir, dass ich das Bett eingepackt habe. Nein. Nein, ich Idiote, ich habe das Bett. Oh nein. Ich habe das ja aus Versehen in der Küche aufgestellt. Und dann habe ich noch eins. Oh, und hier ist eine Klippe. Alter. Hier ist... Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier irgendwie... Ich habe nicht mal ein Schwert mit... Oh, ich habe nicht mal ein Schwert eingepackt. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Schidikaka, schidikaka, schidikaka. Wie komme ich jetzt hier raus? Oh, da läuft irgendwas. Da läuft irgendwas. Da läuft irgendwas. Das ist ein Zombie. Geh weg. Wo kamen wir jetzt nach Hause? Oh, ich bin gleich raus aus dem Wald. Oh, nein. Geh weg, Atlas. Atlas. Hilfe. Ich hänge fest. Ich hänge an irgendwas fest. Hilfe, ich kam hin. Oh, oh. Alter, wenn jetzt gleich ein Creeper kommt und uns zerfetzt, ey. Ich kann ja mal ganz kurz. Ich wollte mal was ausprobieren. Oh, Alter. Ist das... Das ist ja... Alter, das ist wie ein Bärenarsch. Boah, ist das krass. Ich verstehe nicht, warum das dann immer so laggt, wenn ich... die Shader anmache. Also normalerweise... packt er das auch mit der Aufnahme. Aber jetzt will er gerade nicht. Das habe ich schon ein paar Mal... Alter, ist der laut. Oh, oh nein, Creeper, 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 Creeper. Und ich habe die Shader an. Und jetzt habe ich gerade voll die Legs-Bikes. Tür auf und rein. Oh, nee. Ihr könnt mich mal. Euch mache ich die Tür nicht auf, ey. Nee, 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 nee. Geht weg. Ach, es sieht ja geil aus mit den Shader, ne? Es sieht ja geil aus. Aber leider, leider, leider fängt er dann immer an und schafft die FPS nicht mehr. Ach, es sieht ja so schon fast langweilig aus, ne? Oh, Mist, ich muss irgendwas optimieren, damit ich die Shader nutzen kann. Tschüss. Oh, wehe. Ihr tut irgendwas... Nein, nein. Ich kann nicht schlafen. Ach, ich will den Creeper hier nicht bekämpfen. Ganz ehrlich, der Rupp, der zerstört uns das ganze Haus, ey. Das geht gar nicht. Nein, 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 nein. So, wir haben wieder Holz. Das ist gut. Dann können wir nämlich auch mit Carpenter-Blöcken weiterbauen. Und hier haben wir noch eine Killer Bee. Noch eine Bumble Bee. Eine Bumble Bee. So, ich wollte mal gucken. Oh, ja. Ich habe was entdeckt. Ich hoffe, ich finde so ein Biom. Ey, das wäre so geil. Ich möchte nämlich gerne... Pass auf. Das wäre so lustig. Da würde ich gerne drinnen rumlaufen. Guck mal hier. Eine Matschrüstung. Ist das nicht geil? Aus Matschbällen. Das wäre so geil. Oder hier, so ein matschiges Schwert. Das ist total lustig, ey. Das läuft wie die ganze Zeit weg. Kannst du mir nur rumhauen und sowas. Total geil. So, aber ich wollte jetzt eigentlich mal gucken nach... Nach... Jam. Oder Jelly. Jelly. Da. Royal Jelly. Grape Jelly. Cranberry. Cranberry. Mango, Mongo. Cherry Jelly. Apple Jelly. Geht auch geil. Gibt es auch... Erdbeeren? Da. Strawberry Jelly. Ah, die Soßenpfanne mit Zucker und Erdbeeren. Ah, geil. Und dann kann man sich so ein... Strawberry Jelly Cutting Board. Dann Strawberry Jelly. Ah, dafür braucht man normales Brot. Und Erdnussbutter. Wieso braucht man dafür Erdnussbutter? Ich habe noch keine Erdnüsse. Ich habe auch noch keinen Juicer. Druckplatte und... und Stein. Irgendeinen Stein. Testen wir mal... Das können wir mal kurz austesten. Machen wir hier mal eine... Druckplatte. Und dann einfach einen Stein oben rauf, ne? Geil. Ist das ein Entsafter dann? Ein Juicer? Können wir den in die Küche aufstellen oder... Ne, der ist nachher zum Craft, ne? Ich stelle den mal ins Regal rein. So, dann haben wir da noch einen Juicer. Wie geil ist das denn? So, dann... Brauchen wir Erdnussbutter. Kann man aus Peanuts machen? Ja, nur aus Erdnüssen. Das ist doch ätzend. Peanut Butter Jelly Sandwich. Ja, ja, das ist klar. Peanut Butter, Jelly und Brot. Cornbread geht auch. Wie geil ist das denn, ne? Achso. Ach, man kann auch noch irgendwie... Wie kann man denn diese... Beeren an den Büschen pflücken? Oder ja, guck mal. Walderdbeeren geht auch mit Zucker und dann Glas. Und dann macht man daraus Jelly. Okay, okay. Das ist dann von Pam. Alles klar. Alles klar. Royal Jelly. Ach, Royal Jelly macht man einfach aus einer Bienenkönigin. Ist klar. Und einen Jelly Donut braucht man erstmal einen Donut für. Wie macht man denn Donuts? Oh, einen Pot. Den wollte ich sowieso nochmal craften. Und dann braucht man Öl. Oh, ich muss alles wissen. Und Teig. Oh. Wie macht man denn so einen Pot? Vier Eisenbahnen und ein Sticky. Wir haben ja sowieso gerade nichts Besseres zu tun, weil... Ja, wir haben ja nichts Besseres zu tun. Ist einfach der Wahrheit. Das ist der Wahrheit. Wir können sowieso nicht schlafen gehen, weil die scheißen Monster da draußen rumkreischen. Halt den Mund! Und... Mensch! Ich versuche hier, mich mit den Leuten zu unterhalten und blöckst mir die ganze Zeit ins Ohr. Du auch, Emma. Und Luisa. Und Bertha. Ihr braucht gar nichts zu tun. Nur weil hier ein Zombie die ganze Zeit rumläuft. Der tut euch nichts. Der will was von mir. Der will mein Gehirn. Ihr seid ihm zu doof. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte Stickies machen. So, und dann wollte ich... Dann wollte ich zur... Walkband hier. Zum Carrafting-Tabel. Carrafting-Tablette. So, was ist das denn? Was ist das? Ach ja, klar, natürlich. Oh mein Gott, wie dumm bin ich denn? So, jetzt machen wir uns erstmal so einen Pod. Kann man den so aufstellen? Einfach so? Hä? Wo kann der denn rauf? Hä? Wie benutzt man den? Kann man den Pod... Ich dachte, man kann den irgendwie aufstellen oder sowas. Ach ja, stimmt. Hier war ja Erdbeersaft drin, ne? Alles klar. So, dann packen wir... Ja, dann packen wir den einfach hier. Nochmal zu meinem Safter dazu, ne? So haben wir einen Pod da oben drin. Und dann wollte ich noch Strawberry Juice auch damit reinstellen. Da haben wir noch ein bisschen Erdbeersaft. Obwohl, eigentlich könnte ich mal einer von... Zack, aussaufen. Geil. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich wollte. Ach so, ich gucke dir gerade hier nach und da nach. Und dann wollte ich mal gucken, wie man Öl macht. Mit dem Entsafter und Oliven oder... Pfirsich. Pfirsich. Hast rein. Wir haben noch einen. Das testen wir mal aus. Wir nehmen jetzt mal den Entsafter hier. So. Machen wir mal Entsafter. Und ein Pfirsich. Und haben Peach Juice. Ich dachte, wir kriegen da Öl draus. Habe ich mich schon wieder verguckt? Oh, Jelly Beans. Können wir auch gucken, wie man die macht. Hä? Hier steht Juicer. Und Peach ergibt Cooking Oil. Aber da hat er mich eiskalt angelogen. Oh, aus... Oh, ja. Walnussöl. Geil. Ah, ist rein. Freunde, wir haben Cooking Oil. Wir haben Oil Oil. Und ich habe keinen Platz mehr im Regal. Moment, ich stelle das einfach erstmal hier rein. Geil. Ach so, hier hatte ich nicht hier Toast drin. Ja, die raus. Und dann nächste rein. Ein bisschen normales Brot lasse ich jetzt noch über, nachdem ich erfahren habe, dass man damit auch was craften kann. So, ich war aber noch nicht fertig. So, wir haben jetzt das und wir haben Pott. Und hier ist Teig. Ah, Mehl. Dafür müssen wir das haben. Stein, Stein, Stein. Xylit, Kreide, Schalenstein, Dolomit, Schluff. Ach, normalen Stein geht auch. Und dann einfach ein Sticky. Normalen Stein habe ich hier. Hier, Stickies habe ich auch geil. Freunde, wir werden noch hier richtige Meisterköche. Geil. Zack. Und damit kann ich jetzt, kann ich das so benutzen oder muss ich das einfach zusammen hier mit, ach, ich habe doch gar kein Weizen mehr. Das habe ich doch alles für Brot verbraten. Ich hoffe ja auch, dass wir, dass wir noch lecker Mehl finden. Äh, Quatsch, lecker Mehl. Was habe ich denn da? Dass wir noch lecker Mais finden. Das wollte ich sagen. Dummer, hallo. Ich hoffe, dass wir Mehl finden. Ich habe gesagt, du sollst mich nicht erstellen, wenn ich mein Zimmer sauge. Oh, hau ab, Alter. Geh weg, du. Ballalalöde. Ha, dafür habe ich ja extra die Brücke gebaut, du Dussel. Benutze die auch. Benutze die Brücke. Oder sauf ab. Alter, wenn der jetzt einen Wutanfall kriegt, wie so ein kleines Kind, dann spreche ich mir das ganze Feld in die Luft. Geh weg jetzt. Oh, hier sind noch Erdbeeren. Zack. Oh, das noch wieder. Nee, doch nicht. Nur 86 Prozent erwachsen. Das muss noch ein bisschen. So, kann man das jetzt... Oh, Alter. Geh weg jetzt. Aber er ist wenigstens auf der anderen Seite. Er kommt hier jetzt nicht rüber. Höh, höh. Alter, ich vergesse immer, dass ich da eine Druckplatte hingebaut habe. Ich habe da übrigens eine Druckplatte hingebaut. Da. Die ist auch aus Carboner-Druckplatte mit Kies. Creeper. Na. Hau ab, ey. Jetzt geht es bloß zu, dass du Land gewinnst. So, kann ich jetzt einfach das hier... Ja, geil. Mehl. Ich mache erst mal nur eins, ne. Ich will das erst mal nur ausprobieren. Zack. Alter. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Regale. Wie geil ist das denn? Wir können hier auch noch zwei Regale raufstellen. Das sieht bestimmt voll gut aus. Ich habe schon wieder vergessen, wie man die craftet. Aber wir können. Weil wir geil sind. Ja, wir sind richtig geil. So, ich war hier bei das, das, äh, Teig. Freshwater habe ich. Mixing Bowl habe ich auch noch nicht. Also aus Holz und Sticky. Holz. Ich hatte doch Holz. Da. Eins, zwei, drei. Holz. Holz, 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 Holz. Holz finde ich so toll. Ich finde das, ey, Holzholz. So, was ist da ein Sticky, ne? Geil. Jetzt haben wir auch noch eine Mixing Bowl. Ach, jetzt haben wir doch eigentlich alles zusammen, ne? Jetzt brauchen wir noch, äh, wir brauchen noch hier Fresh Torge. So, Mixing Bowl. Freshwater. Freshwater White. Äh, Salz. Mehl. Oh, ich habe es hingekriegt. Wie geil ist das denn? Ich nehme mir mal einen Teig. So, jetzt haben wir keinen Mehl mehr. Ist aber nicht, obwohl, doch, ich mache noch mal. Ich mache noch mal ein Mehl. Ich will ja eigentlich sowas wie Butter und Salz und sowas. Das will ich ja eigentlich gar nicht hier haben. Hier sollen ja, ich brauche eigentlich gar nicht so viele Regale, wenn ich ehrlich bin. Weil, ich will ja eigentlich, das kann man hier stehen lassen, weil das sieht ganz lustig aus. Und diese Suppenschüsseln und sowas da stehen zu haben, das sieht ja auch ganz lustig aus. Was wollte ich jetzt, ich vergesse schon wieder, was ich wollte, so. Äh, aber solche Sachen wie Butter und Mehl und sowas, das will ich eigentlich alles, äh, unten haben in dem Lagerraum. Genau, so das Cooking Oil und sowas, das muss ich nicht alles hier, äh, stehen lassen. So, ich mache noch mal ein bisschen Mehl. Das kommt dann unten ins Lager rein und dann kann ich den ins Regal stellen und dann kann ich, habe ich noch was? Die Schüsseln können hier noch mit ins Regal. Genau, guck mal, dann kann der hier im Regal stehen und zum Beispiel in der Essensschüsseln. Ah, da wollte ich doch auch irgendwas aussuchen. Achso, ich habe ja keine Äpfel gefunden, ne? Ich habe nur einen 40 gefunden und ich habe hier noch Strawberry Juice. Der sollte eigentlich hier mit hin, äh, ja, so. Der Entsafter passt da auch ganz gut hin, dann kommt da der Topf hin und da die Teller. So. Ach, und der Pot. Den habe ich gerade eben gesucht, so, der soll da auch mit hin. So, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich wollte. Ich wollte mal gucken, was man aus Teig craften kann. Ja, ja, so stellt man Teig her. Das ist schon richtig. Und was macht man denn mit diesem Teig? Ah, ah, oh, 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 oh. Oh, das ist aber, Alter. Ja, ich habe gerade beschlossen, dass mit dem Kochen, Alter, 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 Ekelpack. Oh, wir können Prätzle, 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 ihr hört gerne Prätzen. Wir können Prätzen machen aus dem Tag, Salz und Butter. Was ist das? Nö, nö. Ernsthaft, ich habe, wo kriege ich den Ziegel her? Ton, ja, ich habe keinen Ton. Also, ich habe schon Ton, also, ich habe Musik auf den Ohren und so. Oh, nee. Ach, weißt du was? Komm. Sheet war dropp. Erstmal kommt jetzt hier, machen wir mal ein bisschen, ach, hier kommt der Teig mit rein. Ach, hier habe ich doch auch noch Weizen nicht. Ein Schusselchen. Das kann da auch. Nein. Das soll da mit rein. So. Dann, falls deine Mutter zu Besuch kommt, lagern wir mal die Gurken ein. Ach, Zuckerrohr brauche ich eigentlich auch nicht mehr mit. Und ein bisschen Zucker kann ich auch schon mal einsortieren. Und ein bisschen Salz und das Cooking Oil und ein bisschen Mehl. Ja. Ich merke jetzt schon, ich habe einfach zu wenig, ich habe einfach zu wenig Platz. Das ist einfach zu wenig Platz. Mist, Mist, Mist. Ja, das ist zu wenig Platz. Ich wollte noch was anderes craften. Jetzt habe ich schon wieder, ich vergesse mich schon wieder. Ja, 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 wo ist denn das jetzt? Ich wollte mal gucken. Da, Strawberry Jelly. Ach, genau, dafür brauchten wir Erdnussbutter. Aber erstmal kann ich Strawberry Jelly machen. Das ist eigentlich schon ganz gut. Dafür brauche ich die Soßenpfanne, Zucker und Erdbeeren. Zucker habe ich hier noch. Da ist die Sozepanne. So, dann brauchen wir Sozepanne, Erdbeeren und Sugarrohr. Zack. Und schon haben wir Strawberry Jelly. Geil. Aber warum brauchen wir verdammt nochmal Erdnussbutter? Ich finde das irgendwie ein bisschen blöd. Weil wir haben doch hier auch normale Butter. Und dann macht man einfach irgendwie so ein Sandwich dazu. Oder so. Dann kann ich da auch ein Brot mit Butter und... Aber das muss ich ja sowieso auf dem Cuttingboard, ne? Wie funktioniert das eigentlich? Man kann das so schön benutzen. Aber ich kann mir hier kein Butterbrot machen. Oder Butter des Toast. Und ich kann das Brot auch nicht einfach schneiden hier drin. Das finde ich irgendwie voll doof. Dafür ist es doch ein Schneidbrett. Oder muss man das, äh, nicht aufbauen? Muss man das so benutzen? Ich bin etwas überfordert. Ich wollte jetzt... Was wollte ich denn jetzt so? Strawberry Jelly. Ach so. Also muss man das so benutzen immer? Hä? Das habe ich doch. Wieso packst du das nicht da rein? So. Und dann nehme ich jetzt normale Butter. Ach komm schon. Ach, leck mich doch.